Heute sind wir beim Wandern auf den höchsten Gipfeln von Madeira. Wir gehen vom Pico de Aero zum Pico de Ruivo. Das ist eine wilde Gegend hier oben, ganz toll ausgebauter Weg. Sonst wäre es hier wirklich eine hochalpine Unternehmung. Da wo wir jetzt gerade stehen, da geht es links und rechts wirklich zwei, dreihundert Meter senkrecht runter. Wir sind um halb acht heute Morgen los, also kurz vor Sonnenaufgang und jetzt haben wir noch ein ganz tolles Morgenlicht. Ich schwenke einfach mal darüber, dass man ein bisschen sieht, wie das hier aussieht.